Jo, Leute, was geht ab? Angehörig am Start. In den letzten Tagen sind immer wieder Videos zu so und so viele Dinge, die ich an Diablo 4 hasse, aufgetaucht. Ich möchte euch gerne zu diesem ganzen Thema mal einen Einblick geben, wieso viele der Content Creator da falsch liegen und wieso ich mich persönlich selber auf Diablo 4 freue. Bevor wir mal reingehen, haut auf den Like-Band drauf, wenn ihr selber, wie ich, riesig auf Diablo 4 freut und lasst euch ab auf dem Kanal da, wenn ihr in Zukunft keine Infos zu Diablo 4 und Diablo 2 mehr verpassen wollt. Der erste Punkt ist der kontroverseste neben dem Trading, denn das hat jeder Content Creator auf seiner Liste gehabt und zwar waren es die Pre-Order-Inhalte unter Battle Pass. Jetzt ist erstmal die Frage, was waren überhaupt die Aussagen der jeweiligen Content Creator? Ich habe mal die wichtigsten Facts dazu zusammengefasst, was sie gesagt haben und zwar war das Erste, wieso gibt es verschiedene Editionen, denn es gibt ja die Standard, die Digital Deluxe und die Ultimate Edition, denn es gibt ja schon einen MTX-Shop, sowas hätte es gar nicht erst gebraucht, noch mit Early Access, denn das ist das Nächste. Ihnen stoße sehr arg auf, dass es ein Early Access in dem Spiel gibt, wenn man mehr bezahlt, außerdem noch, dass die Collectors Edition gar kein Spiel dabei hat und vor allem der letzte Punkt und tut mir leid, das ist ja zu Tag, aber den finde ich wirklich am albersten, dass es keine physische Version gibt. Und zu Punkt 1, dass es verschiedene Editionen gibt. Ja, ich weiß, Blizzard hat gerade mit dem Release von Diablo Immortal und auch in der Vergangenheit mit anderen Skandalen jetzt nicht gerade positive Schlagzeilen für sich berichtet, Aber nichtsdestotrotz, Blizzard ist immer noch ein wirtschaftliches Unternehmen. Sie wollen Gewinn erzielen, um die Produktionskosten abzudecken, um Mitarbeiter zu bezahlen, um selber auch Gewinn zu erzielen, um das zum Beispiel in zukünftige Expansions reinzustecken. Und ganz ehrlich, wir sind im Jahr 2023, inzwischen ist es gang und gäbe, dass es bei solchen Spielen, gerade bei solchen Online-Spielen, einfach verschiedene Editionen gibt mit MTX. Ob es jetzt einem gefällt oder nicht, das ist tatsächlich ein anderes Ding, aber so ist einfach die Spielindustrie geworden, dass sie immer mehr und mehr dahin geht. Das ist nicht nur Blizzard alleine der Fall und von Blizzard kennt man es ja in der Vergangenheit sowieso schon mit den verschiedenen COD-Teilen, mit StarCraft 2, mit WoW. Da gab es auch immer diese verschiedenen Editionen, deswegen ist es gar nichts Neues. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die Content-Creator, die sich über dieses Problem beschwert haben, einfach die anderen Spiele nie wirklich gespielt haben. Und noch ein bisschen im Jahr 1999 leben, als der Blut 2 gerade frisch rausgekommen ist. Beim nächsten Punkt, dem Early Access, scheinen sich tatsächlich die Geister, die einen finden es geil, weil sie vier Tage früher spielen können. Die anderen sagen, warum müssen wir mehr Geld bezahlen, damit wir früher spielen können, denn so sind wir quasi gezwungen, mehr zu bezahlen, damit wir nichts verpassen. Ja, eins vorne weg. Blizzard hat bekräftigt, dass die Letter erst Wochen danach anfängt. Das heißt, ihr verpasst nichts, wenn ihr vier Tage später rein startet. Ihr habt keinen Headstart, wenn ihr früher anfangt. Und tatsächlich ist es ein Ding, das hat Blizzard vielleicht nicht ganz gut gehandelt. Hätte man anders machen können. Ich habe tatsächlich kein Problem damit. Ich kann es aber auch verstehen, wenn andere Content-Grader das nicht so geil finden, weil man dann einfach das Gefühl hat, man muss diese 20 Euro mehr bezahlen, damit man einfach die vier Tage früher starten kann. Die nächsten zwei Punkte mit der Collectors Edition und dass es keine physische Version gibt, ist auch sehr kontrovers und wurde auch in Form sehr oft kritisiert. Ich kann euch hier mal etwas kurz zeigen, denn ich habe mir tatsächlich damals diese Diablo 3 Collectors Edition geholt, auch wenn das Spiel im Nachhinein nicht so, das war, was ich mir erhofft hatte. Nichtsdestotrotz, das war ein geiles Teil, ich würde es wieder machen. Ich werde mir tatsächlich auch die Diablo 4 Collectors Edition holen, auch wenn da kein Spiel drin ist, denn da war damals ein Spiel drin. Aber das war vor zehn Jahren, glaube ich, zwölf Jahren, da war es einfach ganz normal, dass man da auch noch als physische Version das verkauft. Und tut mir leid, auch wenn ich jetzt jemanden zu nahe drehe, wer sich im Jahr 2023 noch aufregt, dass es nur noch digitale Versionen gibt und keine physische Version mehr. Jo, wenn ihr Bock habt, eure CDs da einzuschmeißen und länger braucht zum Installieren, als wenn ihr das durch Digitale einfach direkt installieren könnt. Ist eure Meinung? Ich finde es Quatsch, deswegen brauche ich da nicht weiter rumdiskutieren. Ja, Collectors Edition hätte meiner Meinung nach zumindest einen digitalen Code dabei haben können, dass man das Spiel auch besitzt und nicht nur so als extra Goodie. Ja, hätten sie es anders machen können, ich finde es jetzt nicht so problematisch, weil ich werde mir die zusätzlich holen. Aber ich kann es sehr gut verstehen, da ist ein valider Kritikpunkt, dass es nichts gibt, dass es keine physische Version gibt. Jo, meiner Meinung nach Schwachsinn. Jetzt zum nächsten Punkt der ganzen Monetarisierung und zwar der Battle Pass. Da habe ich mir tatsächlich sehr kompakt die Aussagen der Content Creator zusammengefasst. Da hätte ich jeden Punkt aufgeschrieben, hätte es ja eine Liste, glaube ich, über drei Seiten sein können. Die drei wichtigsten Punkte sind dabei, dass man einen XP-Boost durch den Battle Pass bekommen kann und damit Content überspringen kann. Man hat das Gefühl eines Mobile Games, dass man nur noch klickt, seine Rewards abholt und dann nochmal Rewards abzuholen, ohne dass man das Spiel selber spielt. Und außerdem ist es Fake zusätzlicher Content und es ist langweilig und braucht man nicht. Kommen wir mal zu dem ersten Punkt mit dem XP-Boost. Und da habe ich tatsächlich sehr schlechte Laune bekommen und bin sehr wütend geworden, als ich mir die Videos eingeguckt habe. Denn auch in den Kommentarzeilen wurde da sehr viel Upgrade und die ganzen Content Creator haben meiner Meinung nach den wichtigsten Part davon weggelassen. Denn das ist der Part, dass man sich den XP-Boost nur mit einem Twink freischalten kann und nicht mit dem Main-Char und man keine Vorteile gibt. Denn es gab auch einige Kommentare dazu, jetzt wird es ja doch Pay-to-Win und ich kann mir natürlich einen Headstart in der Ladder oder in der League dann erspielen oder erkaufen. Was nicht stimmt, man kann das nur mit einem Twink machen. Man muss mit dem Main-Char trotzdem alles komplett durchspielen. Und da frage ich mich immer, die Leute haben doch so lange Diablo 2 gespielt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe in Diablo 2 immer, wenn ich einen Twink gespielt habe, meinen zweiten Char, ich hatte nie Bock, den nochmal komplett bis Hell durchzuzocken. Denn das habe ich ja schon mit dem ersten Char gemacht, weil ich das Spiel seit 20 Jahren spiele. Also habe ich mich ziehen lassen von Normal bis Hell mit einem Gator. Das hat ungefähr 30 bis 40 Minuten gedauert, je nach Schnelle des Tälers. Dann habe ich bis Level 20 CS-Runs gemacht. Hat ungefähr 20 Minuten gedauert. Habe Cow-Runs gemacht bis 25. Nochmal so gute 10 Minuten und dann habe ich teilweise in einem CS-Run 5, 6 Level bekommen. War dann innerhalb von insgesamt einer Stunde, eineinhalb Stunden auf Level 70. Habe dann Barluns gemacht und dann stand ich auf einmal nach 506 Stunden mit Level 89, 90 auf einmal im Barlun drin mit Endgame-Gear. Also deswegen finde ich das tatsächlich einen sehr großen, schwachsinnigen Punkt, dass die D2-YouTuber da angesprochen haben. Denn in Diablo 2 gibt es exakt das Gleiche, nur es ist halt nicht in einem Battle Pass drin. Würde es jetzt in Diablo 4 wahrscheinlich geben, aber es würde kein Battle Pass dran stehen, wird es wahrscheinlich kein Mensch bocken, weil es sagen wird, jo ist geil. Denn das finde ich tatsächlich einen der nervigsten Punkte immer noch an PoE. Dass man mit jedem Char immer wieder von neuem die Story durchspielen möchte. Und bei dem Punkt bin ich wirklich sauer geworden, denn was da dann sich teilweise in den Kommentaren abgespielt hat, dass es kacke ist und dass man Konnen überspringen kann und wie kacke das ist. Und dabei gibt es in ihrem Lieblingsspiel, für das sie tagtäglich Konnen produzieren, gibt es schon seit 20 Jahren, dass du dich da durchraschen lassen kannst. Und ja, sorry, dass ich da so ein bisschen aus, also nicht aus, aber ein bisschen wüten werde, weil das ist für mich einfach nur reiner Clickbait und einfach nur, ja, ein Schwachsinnspunkt, den es dir dem Spiel eigentlich schon gibt. Und dass ich auch in einem Action-RPG will, wenn ich meinen Twink habe, möchte ich den schnell wie möglich hochkriegen, damit ich mit dem auch ein Endgame-Content machen kann. Denn mir reicht es, wenn ich das jede Season, alle drei, vier Monate spiele, reicht es mir, wenn ich das mit einem Char immer durchmachen muss, die ganze Story. So, außerdem, dass man das Gefühl eines Mobile-Games hat, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob diejenigen mal zum Beispiel sich den PoE-Battle Pass anguckt haben. Der hat ja tatsächlich am Anfang, glaube ich, auch sehr viel Shitstorm abbekommen, hat es inzwischen aber eingependelt. Und da ist es auch nicht so, dass man hier nur am Rewards-Klicken ist. Ich glaube, ich weiß nicht, da sind es auch 10 oder 15 verschiedene Stufen, auch Free- und Paid-Content. Und da holt man sich jetzt auch nicht jede zwei Minuten seine Rewards ab, sondern man macht irgendeine Challenge, weiß ich irgendwie, schließt jetzt das Akt ab mit dem oder was weiß ich. Dann kann man das Reward abholen. Holst dir, weiß ich, einmal am Tag vielleicht oder einmal in vier Tagen was ab. Yo, wo ist jetzt das Problem? Also finde ich tatsächlich auch ein sehr an den Haaren herbeigezogener Kritikpunkt. Ja, und vor allem Fake-Zusätziger-Content. Ey, es ist MTX. Mein Gott. Manche finden es ganz geil. Ich finde es tatsächlich auch ganz cool, solange es nur MTX ist, dass ich wie so eine Season-Shiny habe. Dass ich so, ey, cool, was kann ich noch machen? Oh, okay, ich gehe mal vielleicht in das Dungeon rein. Ich kompiliere zum Beispiel alle Dungeon. Wenn ich das gemacht habe, schalte ich einen Battle Pass coolen MTX frei oder weiß ich, ich töte 100 Leute im PvP, schalte dadurch einen MTX durchs Battle Pass frei. Wo ist denn das das Problem? Ich verstehe es nicht nur, weil Battle Pass draufsteht. Bekommen es so krass viel Kritik ab. Da habe ich wirklich das Gefühl, die Leute sind einfach im Jahr 2000 stehen geblieben. Also wirklich, sorry Leute, dass sie mich da so sehr in Rage reden. Aber ich finde es wirklich, da kriege ich echt richtig schlechte Laune. Denn das ist einfach nur was, wo man einfach nur hatet, weil es halt einfach ein Konstrukt, der modern ist. Wie schon in dem anderen Park-Satel. Ja, ob man dieses ganze Konstrukt jetzt mag oder nicht. Es ist halt einfach ein Konstrukt, das jetzt einfach entsteht, in der Spieleindustrie inzwischen einfach angekommen ist. Das macht aber nicht nur Blizzard so. Es ist einfach da. Und solange es kein Pay to Win gibt, bin ich vollkommen d'accord und ich kann es nicht verstehen. Und das mit diesem XP-Boost fand ich tatsächlich richtig mies. Denn da haben sich in den Kommentaren tatsächlich echt ganz wilde und ganz dumme Dinge abgespielt. Muss ich das sagen. Deswegen Battle Pass. Ich meiner Meinung nach finde es nicht problematisch. Ja, ich finde es ganz cool. Zusätzlicher Content ist immer geil. Ich kriege dadurch keinen Vorteil spielerisch, sondern ich kann mir dadurch noch mehr Spielstunden in dem Spiel schaffen. Schreibt außerdem selber mal in den Kommentaren, wie ihr die ganze Sache mit dem Battle Pass, mit diesen Editionen und die Monetisierung in dem Spiel seht. Ob ihr es so findet wie ich, dass es tatsächlich ein bisschen Schwachsinn ist. Oder ob ihr da bei den Diablo 2 YouTubern seid und darauf gar nicht steht und das gar nicht in Diablo 4 haben wollt. Der nächste Punkt sind die dynamischen Bossfights und die sollen wohl gar nicht so dynamisch sein, wie man denkt. Denn viele Content Creator haben angemerkt, dass sie a. eintönig sein sollen, sie sollen langweilig sein, die machen immer das Gleiche. Sie sollen sehr einfach und einfach nur ein Mietschild sein und die Bosses sollen wohl immer sehr gleich aussehen. Da kann ich selber tatsächlich nicht so viel aus eigener Erfahrung sagen, denn ich habe das Ganze nicht gespielt. Ich habe es nur von Videos gesehen, kann mich nur darauf beziehen. Aber da ist mir in der Tat auch aufgefallen, dass die Bossfights sehr langweilig und sehr eintönig aussehen. Da stimme ich den Conning Raidern zu und ich hoffe, dass da Blizzard gerade noch was nachjustiert. Denn sie haben in den eigenen Reihen perfekte Leute, um solche Encounter geil aufzubauen in dem WoW-Team. Denn da machen sie seit Jahren einen super Job mit sehr guten Encountern, gerade in den Raids, in den WoW-Raids. Die auch sehr dynamisch sind, sehr herausfordernd sind, sehr schwer sind. Denn da können sie sich auch vielleicht so ein Vorbild von Last Epoch oder PoE nehmen. Denn ich finde gerade Last Epoch macht es sehr geil mit Bossfights, wo man auch mal was ausweichen muss. Und wenn man sich nicht ausweicht, dass man dann stirbt oder so. Oder so gewisse Phasen hat, Damage Checks hat, dass man nicht einfach nur draufhauen muss. Da hoffe ich, dass tatsächlich Blizzard noch ein bisschen auf die Conning Raider zugeht oder einfach noch was ändert. Dass wir tatsächlich auch sehr geile Bossfights haben, die auch herausfordernd sind. Aber dann auch Rewarden sind und dass man da sehr geilen Loot herkriegt. Nächster Kritikpunkt der Conning Raider ist die UI. Die soll wohl sehr modern aussehen, so haben sie es ausgedrückt. Blank, langweilig, eintönig. Und dass es nicht zum Diablo-Theme generell passt, weil man zum Beispiel auch nur ein Slot pro Item hat. Also nicht nur wie in Diablo 2 zum Beispiel, dass ein Item zum Beispiel vier Slots oder sechs Slots verbrauchen kann. Sondern mehr wie WoW, dass es mehr in MMORPG-Style geht. Dass es denen nicht so passt und dass auch so die Char-Aufteilung, die Item-Aufteilung, dass die sehr eintönig aussehen. Dass sie langweilig aussehen. Dass sie quasi nicht das repräsentieren, was Diablo eigentlich aussieht. Denn sie haben gesagt, der Look von Diablo 4 sieht sehr geil aus. Aber diese UI reißt die jedes Mal raus. Dass sie einfach nicht zu dem anderen Sinne oder nicht zu dem anderen Art von dem sehr dunkel eingestellten Diablo 4 passt. Dass sie sehr farmfroh ist und dass die Items an sich, die Models, ja nicht gerade cool aussehen. Da kann ich tatsächlich auch nur sagen, puh, weiß ich nicht. Ist tatsächlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, finde ich. Auf Reddit haben auch viele geschrieben, ja, sehen sie auch nicht so wie die Content-Grader. Also, ich finde es tatsächlich echt schwierig, da irgendwie eine klare Meinung zu finden bezüglich, was jetzt richtig ist. Denn, ne, wir haben ja noch ein halbes Jahr. Es kann sein, dass die UI in einem halben Jahr komplett anders aussieht. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, mag es nicht solche Hate-Videos zu diesem Zeitpunkt zu machen. Denn es kann einfach komplett anders aussehen. Deswegen finde ich das tatsächlich nicht so ein Problem, dass die UI so aussieht. Und, ja, finde ich jetzt nicht wirklich ein Kritikpunkt. Ist unnötig. Hätte man weglassen können, denn ich bin mir sicher, da ändert Blizzard noch einiges daran. Der dritte, letzte Kritikpunkt der Conningrator waren die Skills. Und nicht nur die Skills, sondern die Cooldowns im Generellen. Da habe ich auch eine kurze Zusammenfassung zusammengestellt. Und zwar haben sie gemeint, dass Cooldowns sind zwar so bei Spielen wie Dota und generell PvP-Spielen sinnvoller. Denn zum Beispiel, wenn man halt weiß, okay, der Typ hat jetzt seinen Main-Skill auf Cooldown, kann ich jetzt reinengagen und kann den töten. Ist das aber ein PvE-Spiel. Deswegen ist es unnötig. Deswegen haben sie gesagt, auch Cooldowns sind bei den PvE-Mons dann langweilig. Man hebt sich die Cooldowns nur noch für den Boss auf und benutzt sie gar nicht mehr bei den Mobs an sich. Man drückt einfach nur noch eine Rota durch und versucht nicht mehr, die besten Skills einzusetzen. Und man mag das System mehr in Diablo 2, wo man keine Cooldowns hat, was jetzt auch nicht so ganz stimmt. Und ja, es ist mehr wie in Diablo 3, da es schlecht balanced ist und man überall nur noch Cooldown-Reduction benutzt, auf einem Barb sogar und auf jedem Char und dann quasi nur noch Cooldown-Reduction-Stack, weil es dann am besten ist. Da ist meine Einschätzung tatsächlich, okay, finde ich tatsächlich ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich mag jetzt Cooldowns in einem Action-RPG-Spiel auch nur bedingt. Ich finde tatsächlich, das ist mehr so wie bei PvE zum Beispiel, denn bei PvE hat man so diese Wild-Skills, die ja glaube ich auch ein bisschen wie diese Ultimate-Skills bei Diablo 4 sind, die sehr viel Damage machen. Dafür, wenn man es erstmal aufladen muss, finde ich tatsächlich ganz geil. Aber ich würde es jetzt tatsächlich auch nicht ganz gut finden, wenn jetzt nur Items oder nur Skills mit hauptsächlich Cooldowns ist. Aber auch wie bei den anderen Punkten, wie gesagt, es ist noch ein halbes Sein, es kann sich noch so viel ändern. Und tatsächlich haben wir auch in Diablo 2 Cooldowns, ja okay, die wurden jetzt fast alle mit dem neuen Patch abgeschafft, denn da es keine Shared-Cooldowns gibt. Nichtsdestotrotz haben wir auch noch Flowsnob, wir haben Blizzard, die auch noch eine Cooldown-Rate haben. Aber ja, weiß ich tatsächlich nicht so genau, wie ich das beurteilen soll. Man muss abwarten, wie es sich die Items hergeben, wie die Cooldowns generell gemacht sind, ob es tatsächlich Cooldown-Reduction mega krass ist und man dann nur noch stackt. Würde ich tatsächlich dann auch nicht geil finden und scheiße finden, wenn man nur noch Cooldown-Reduction stackt. Ich hoffe aber einfach mal und vertraue dir den Blizzard-Entwicklern auch, dass sie da ihre Lernen aus Diablo 3 gezogen haben, wo es doch schon sehr krass ist. Und dass man einfach einen guten Mittelpunkt findet, so man hat genügend Skills, die man ohne Cooldowns einsetzt und dann so wie mehr bufft, wie dieser, ich glaube, Wrath of the Berserker bei Diablo 3, wo man sich nochmal hoch bufft. Und so wäre es, glaube ich, ein ganz cooler Mittelweg, damit man ja ein sehr dynamisches Gameplay hat. Jetzt noch die zwei letzten Punkte und das sind auch die kontroversesten, nämlich einmal Trading und die Itemization. Gerade bei dem Trading und dem restriktierten Trading ist das den Content-Gradern sehr stark aufgestoßen, denn sie sind der Meinung, dass das Trading zum Beispiel in Diablo 2 essentiell ist und dass nur wegen dem Trading Diablo 2 so lange überlebt hat und dass Diablo 2 das ist, was es heutzutage ist. Und wenn es bei Diablo 4 quasi nicht drin wäre, dass man da das Risiko hat, dass es halt schneller aussterben könnte. Außerdem hat man halt in Diablo 2 zum Beispiel, wenn man einen Griffins gefunden hat, als Barbart, das drainen können gegen was anderes und dann hat man quasi sein Bild damit verstärkt. Das würde auch verloren gehen und durch den Smart Loot, wo ich später dazu komme, geht das ganze Jahr noch mehr verloren und findet man immer mehr Items nur für seine Klasse. Also erstmal das Erste, ich habe ja da auch im Simpsom an meinen Meinung gesagt, ich finde Diablo 2, ja, es hat ein Trading-System gehabt, aber das Trading-System war nie so gut, wie viele es gemacht haben. Denn wir hatten in Diablo 2 immer die East-Rune als Standard-Currency und ich habe diese Season noch keine einzige East-Rune gefunden, dafür schon eine Jump, eine Zop, eine Low, eine Sur und was weiß ich. Also wie kann man sowas als Standard-Trading-Ressource nehmen, wenn das ultra selten ist. Deswegen war das Diablo 2 Trading schon immer auf dem Blatt Papier, denn jetzt kommen wir zu dem nächsten, es hat auch viel von JSP einfach gelebt. Aber, ne, selbst auf JSP, die haben ihre eigene Währung. Wieso? Weil es einfach, klar, einmal marketingtechnisch und weil sie damit hauweiße Geld geschöpft haben, aber weil man das einfach besser umwandeln kann. Eine Bear-Rune in Vorngold kriegst du besser wie Bear-Rune gegen 15 East, weil ganz ehrlich, allein von Drop-Raten ist eine Bear-Rune nicht so wert wie 15 East-Rune. Deswegen, ja, wenn es so wie ein PoE wäre, dass du wirklich Chaos-Ops hast, die relativ häufig droppen und dann zum Beispiel Ex-Rune oder Divine-Ops, die seltener droppen, dann hast du ein gutes Trading-System. Finde ich, war aber in D2 nie so wirklich da, deswegen ist für mich auch inzwischen in Diablo 2 lieber dieser Punkt, dass ich Solo-Selfon spiele, denn das Trading geht mir inzwischen unfassbar auf den Sack, weil ich ja auch nicht mehr mit JSP spiele, seit damals schon nicht mehr und dann, wenn man noch Trade-Rey und In-Game-Ressourcen benutzt und gerade da ist es echt manchmal super nervig, da einen Trade zu finden und die richtigen Preise zu finden. Deswegen gehen auch immer mehr Leute hin und wünschen sich einen Solo-Selfon, damit man einfach auch selber spielen kann. Weil ich finde, das soll im Fokus stehen, nicht das Trading, dass man mehr damit beschäftigt ist, mit den Leuten zu trading, sondern dass man einfach spielt, man hat Bock, man geht in die Zone rein, man geht in die Dungeons rein, farmt, findet Items und wenn es dann halt Bound und Pickup ist, also dass die Unix und die Legendaries man nicht traden kann, ist es halt so. Ich finde es tatsächlich nicht schlecht, also wie gesagt, ich kann es nicht so gut beurteilen, weil ich es nicht selber gespielt habe, aber wenn sie das tatsächlich mit diesen Rares und blauen Items ganz gut hinbekommen und man die Unix und die Legendaries auch selber ganz gut finden kann, habe ich jetzt tatsächlich selber nicht so ein großes Problem mit dem Trading und meiner Meinung nach hat Diablo 2 auch nicht deswegen so lange gehalten, wegen dem guten Tradingsteam, das es meiner Meinung nach nie gab, auch nicht durch JSP und so weiter, sondern einfach, weil es ein sehr solides, gutes Grundgame gab und in Diablo 4, finde ich, machen es auch viel mehr Leute es größer als es ist, denn was geht einher, wenn du ein unlimitiertes Tradingsteam hast? Du hast Bots, du hast sowas wie JSP, Third-Party-Sites, du hast Item-Shops, in der zwei sehr vertreten sind und ja, das förderst du damit und deswegen kann ich es auf der einen Seite verstehen und ich finde tatsächlich, da sollen die Leute erstmal zocken, wenn es ein super geiles Ökosystem ist, wenn du wirklich so die Trading-Items wie Rares und Blaue Items sehr gut drainen kannst und die dann trotzdem selten sind und du diese Legendary-Items und Unix selber für dich behaltest und das, ja, alles passt, du die selber finden kannst, dann ist es, glaube ich, eine ganz coole Sache und dann wird damit auch kein Problem bestehen, denn es ist wirklich krass, was die Diablo 2-YouTuber oder Conegrator teilweise draus machen, denn, ich habe es ja gerade schon gesagt, wie gesagt, mich stört das Trading inzwischen Diablo 2 einfach nur, weil es so unfassbar beschissen ist und weil ich einer bin, der dann lieber rein, der farm lieber 30 Runs lang wie 2 Runs to farm, dann wieder zu trainen, dann wieder 2 Runs to farm, ne, da dann lieber einfach 30 Runs rein, finde dann was und gebe es dann in meinem Jar selber weiter, aber klar, ne, könnt ihr selber gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon erhaltet, wie ihr das Trading tatsächlich findet, ob das euch arg stört und ob es für euch quasi so ein Deal-Breaker wäre, dass ihr das Spiel gar nicht kaufen würdet und ja, schreibt einfach in die Kommentare rein, wie ihr dazu steht, zu dem ganzen Trading-System in Diablo 2. Jetzt zum letzten Kritikpunkt, der Itemization, da habe ich mir auch wieder die größten Tickpunkte rausgefischt und zwar wirklich das, was jeder angemeckert hat, ist Smart Loot für all diejenigen unter euch, die nicht wissen, was Smart Loot ist. An einem Diablo 2-Beispiel, ihr spielt ein Barbar, ne, ihr wollt das IK-Set haben, ihr findet auch mehr das IK-Set, wie als dass ihr zum Beispiel ein Tal-Set findet. Andersrum, bei einer Sorg habt ihr eine viel höhere Chance, ein Tal-Set zu finden, wie ein IK-Set, das heißt, dass ihr als Barbar sehr, ja, sehr unwahrscheinlich ein Tal-Set oder Trang-U-Set findet und deswegen zum Beispiel nicht eure Sorg bestücken könnt und dann umswitchen könnt mit der Sorg, sondern dass schon der Loot auf eure Klasse zugeschnitten ist. Es soll in Diablo 4 wohl nicht so krass wie in Diablo 3 sein, aber wohl doch relativ hoch, so ein Mix aus beidem. Außerdem, dass man die Aussehen der Items, ja, sehr schlecht, sehr schlecht darstellbar hat oder dass die Items sehr schlecht teilweise aussehen, die Models nicht so geil aussehen und dass es nicht so Diablo-mäßig ist, wie ich schon bei der UI vorhin erwähnt habe und außerdem, dass es viel zu viele unnötige und komplizierte Affixe sind, wie zum Beispiel, ne, man hat Chance XY auf einen gesunden Gegner, der kein Life verloren hat, Freeze-Effekt auszuführen oder Chance XYZ, dass man bei einem geschädigten Gegner Glückstreffer X mit dem Spell Y aufs Target Z auswählen kann. Das soll wohl auch ein großer Kritikpunkt sein und das quasi unnötig kompliziert ist. Da muss ich es mir tatsächlich selber mal angucken. Ich finde tatsächlich Komplex-Raffixe tatsächlich sehr nice, denn wer kann von euch zum Beispiel aus dem Stehkreis sagen, ohne jetzt Diablo 2 viel gespielt zu haben, was ist Deadly Strike, was heißt Ignore Target Defense, was gibt es noch, was ist Open Wounds und so weiter, Crushing Blow, ne, weiß man auch, wenn man die ganze Zeit es nur spielt, deswegen, ja, finde es tatsächlich schwer zu sagen. Ich habe mir die Affixes selber anguckt und fand es eigentlich nicht so schlecht, fand es eigentlich ganz cool, es ist auf jeden Fall besser, als das am Anfang war, aber musste man tatsächlich mal gucken, wie das Ganze aussieht. Und außerdem zum Smart Loot, okay, ja, ich bin tatsächlich auch eher der Freund, dass man zum Beispiel, ne, als Barb auch geilen Griffins finden kann und dann fange ich vielleicht auch eine Sorg an oder so, aber wenn es eine gute Balance ist und man tatsächlich, wenn sowieso ein restriktiertes Trading-System drin ist, dann die Chance hat, sein Bild besser zu spielen oder schneller zu spielen, gehe ich d'accord damit, sie müssen aber halt eine echt gute Gewichtung reinbringen. Das bringt nichts, wenn du als Barb war, nur Barb-Items findest und nichts von einer Sorg, sondern ich möchte schon mal gern so als Barb einen Sorg oder einen Rogue-Item dann finden oder sowas, dass man auch überlegen kann, ey, cool, vielleicht fange ich jetzt die Sorg an, weil ich dieses geile Item gefunden habe, hoffe ich tatsächlich, dass sie das da reinbauen. Deswegen, ich kann den Kritikpunkt tatsächlich verstehen, aber finde ich, wird auch ein bisschen mehr daraus gemacht, als es ist. Und ja, das Aussehen der Items, puh, weiß ich nicht, kann ich auch, also ich kann schon beurteilen, da hat man tatsächlich jetzt nur so ein paar Exemplare gesehen, man hat gar nicht jetzt gesehen, was zum Beispiel wie ein Griffins oder sowas aussieht, wenn es wieder geben soll, wie die Haare aussieht, ob die irgendwie ein besonderes Model hat. Also gucken wir einfach mal. Ich bin da tatsächlich offen, wie gesagt, wir haben noch sechs Monate Zeit, da kann sich so viel noch verändern, deswegen finde ich es echt krass unnötig, sechs Monate davor schon diese Hate-Videos zu machen, weil ja, es kann sein, dass das Spiel in sechs Monaten nochmal komplett anders aussieht, auch nach dem Beta-Test. Gucken wir mal, weil vielleicht war die Story-Beta auch schon alter Bild und sie haben inzwischen sehr viel geändert. Und ich finde auch bei der Itemization wie bei den anderen Punkten, das sind alles so Punkte, die ja sehr löchrig sind, verwässert. Punkte, die sie aus den letzten Videos hervorgehen haben und die man teilweise schon kennt, die man weiß und ja, kann ich mich tatsächlich echt nicht so damit anfreunden, mit diesen ganzen Videos. Abschließend noch ein paar Worte von mir, wieso ich mich persönlich auf Diablo 4 freue und wieso ich diese ganzen Videos sehr unnötig finde, fangen wir mal mit den unnötigen Videos an. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, ich habe das Gefühl, das wurde einfach ein bisschen gemacht, weil man aktuell doch schon eine Content-Dürre hat, weil einfach die Diablo 2 Respected neue Letter noch nicht am Start ist oder wir keine Infos dazu haben, Diablo 4 Beta ist noch nicht am Start und viele der Punkte, die die Content-Grader erwähnt haben, habe ich in der letzten Video schon erwähnt und ich finde, wenn wir Punkte immer wieder wiederholen, naja, nicht so geil. Vielleicht gucken sich aber natürlich die ganzen Diablo 4 Entwickler das an und denken sich bei einem oder anderen Punkt, hm, müssen wir vielleicht nochmal verändern. Deswegen, das ist so das Einzige, wo ich tatsächlich als positiver Aspekt sagen kann. Ansonsten finde ich das ja echt schwer und unnötig. Wie gesagt, ich mache das Video jetzt auch nur, weil ich das halt mal ein bisschen klarstellen und ein bisschen objektiver klarstellen möchte und nicht aus dieser Doomer-Sicht von diesen ganzen Diablo 2 Hardcore-Conningrader, die halt einfach nur einen Diablo 2 3.0 haben wollen. Und da kann ich nicht damit d'accord gehen. Ja, Diablo 4 wird wahrscheinlich komplett anders als Diablo 2 sein. Was aber auch ganz in Ordnung ist, ich will kein Diablo 2 2.5, dafür habe ich Diablo 2 schon. Ich will auch kein PoE 2.0 oder 2.5. Ich will ein Diablo 4, das sein eigenes Thema hat, das in sich geschlossen ist. Das Game ist, das ultra viel Bock macht und ich dann in den Seasons immer so switchen kann zwischen Diablo 2 und Diablo 4 und auch vor allem für euch den Content rauszubringen. Deswegen, ne, schwieriges Video, die die da gemacht haben. Und wir haben noch sechs Monate, kann sich so, so viel ändern und man weiß nicht mal, ob man diese Themen vielleicht sogar rausfliegen, ob vielleicht sich im Trading nicht doch noch was ändert. Also, ja, hätte man anders eingehen können und es hat wie so eine Lawine ausgerollt. Und ich wollte einfach das Video für euch machen, ja, um es einfach ein bisschen objektiver darzustellen und nicht auf diesen ganzen Hate einzugehen, weil ich finde es also echt Schwachsinn. Ich freue mich da persönlich sehr über Diablo 4, denn ich glaube, das wird ein sehr gutes Spiel. Wir haben Entwickler, die wirklich richtig Bock auf das Game haben, die auf Community-Feedback eingeben, die oft auch Community-Feedback verlangen und uns auch geben. Dann sieht man auch der Community-Manager, die sind sehr dahinter nicht, dass man auch so den Entwicklungsschritt mitgeht, wie das Game entwickelt wird. Und man sieht schon, da stecken schon ein paar gute Systeme hintendran. Klar, das Spiel wird jetzt am Anfang kein perfektes Spiel, um Gottes Willen. Aber solange es eine geile Grundbasis hat und dann sukzessive immer besser gemacht wird, habe ich da sehr große Hoffnung mit dem, was ich bis jetzt gehört habe, dass es ein sehr gutes Spiel wird. Ihr könnt aber selber mal in die Kommentare hauen, und wie ihr das Ganze auffasst. Ich habe es vorhin schon gesagt, wie findet ihr diese ganzen Hate-Videos? Sind sie berechtigt? Findet ihr sie auch unnötig? Freut ihr euch auf Diablo 4? Werdet ihr euch Diablo 4 preordern oder kaufen? Einfach mal alles in die Kommentare schreiben. Ich werde auf jeden Fall auf jedes reagieren. Und wenn euch das Video auch so gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega mäßig freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!